Am schärfsten ist das, wenn du lernst, wenn du mit ausgereiert schön zu passen und spielst dann an, wenn du mit der Funktion glattierst. Das ist viel stärker. Das hat man noch so lange Zeit. Das funktioniert so. Wir nehmen die ganze Zeit auf. Erstmal muss ich dann noch eben die Hütte. Aber das brennt ja auch nicht so schön lang. Wir müssen uns viele wahre Abendbrüge. Das ist die Hälfte. Wenn wir mit derzeit halbeste Hälfte. Wie wichtig ist es zu? Genau. Das sind wirklich lange drungen. Nein, das ist ja da in den Locken. Ich glaube, wir haben immer auch. Ne, war ganz cool. Nein, das ist ja da in den Locken. Da haben wir auf der Straße gelandet und dann haben wir es nicht mehr von, das hat zwei Jahre rumgelegt. Ne, aber der Uli hatte Spaß an dem schlimmen Klochen. Das hat man eh durchgeschnitten auf den Seiten. Das muss ich ja nicht zur Seite ändern. Nur vorher ist aber das Klavier dann offen. Dann bin ich mir da immer entlang gegangen mit so einem Schrammelbematte. Ich glaube, es ist gut. Aber unheimlich laut. Also wenn es ohne diese Front steht, ohne Verklappern...